test 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 1 2 3 hallo 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 let's recover Let's take these cubes. I need one more hit on my stage. I need one more hit on my stage. Nice. That works. Hey man. It's a great start already. It starts where it ended yesterday. That's crazy. Thank you. I know you can't hear it, but I must say that I had a delay. Okay. I have to say it. 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 First Runde, direct delay. Okay. Redex. Vielen lieben Dank. Und Rabenkind. Auch dir vielen lieben Dank für den Primer. Ich bin schon 15 Monate sub. Ja, geisteskrank. Eine und halb. Ne, nicht ganz. Also. Ein Jahr. Ein Viertel Jahr. So. Vielen Dank für das heilige Jahr im V-Wars, Bro. Und Beanie. Thanks so much for the donation. Appreciate it. Man. Just one hit, Bro. There we see some Wind Traders already. That's crazy Wind Trading going on again. Oh, that's great. Haha. Man, you're so bad. Okay, let's kill the Wind Traders first. Yeah, let's go. Oh, Wind Traders are so bad. That's great. Oh. So. Cold Fred. Vielen lieben Dank für den Sub im 24-eten. Ich muss Cold Fred auch mod machen. Ach, 24. Zwei Jahre, Bro. Oh. zwei jahre durchgängig zwei jahre sub nie unsub bro einfach durchgängig sub zwei jahre das ist crazy ich darf erstmal mod machen mod gold und und 5er bombe was 5er sub bombe yo anti hacks dankeschön für die 5er sub bombe geisteskrank dem vielen lieben dank schätze ich sehr wird dicker schmatzer und kahn vielen lieben dank für die euro spende kuss ja kein bock eigentlich auf mod hast du dich nicht dafür beworben soll ich es wieder wegnehmen oder ich habe nur gehört gestern dass du angenommen wurdest und so ja gut Boah ich hasse diesen Surge so hart bro, wegen ihm habe ich eine Kiste weniger bekommen. Okay. Okay. Es ist toll, dass dieser Surge ist eigentlich still alive. Okay. 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 Now Boah, got the Surge. Oh my god. Let's go. Holy, let's go. That was crazy. I was the tank, GG bro. Okay. 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 Oh, I clicked earlier, I swear, I was so ready for him, and I swear I clicked earlier, I reacted so good, there's no way. I hate Cordelia so much, where you just gotta react faster and you're fine, and you need a good ping, bonus. Okay bro, it's going crazy. Huh, it's funny bro. Tja, that's a toll. Tja, that's a toll. It was that sound, I don't know what you mean. Bin in einer Botlobby auf einmal einen 13 cube gewohnt. Findest du besser Pau 12 oder Rang 40? 1 von beiden, um ehrlich zu sein. Also Pau 12 wird das Game killen bro. Rang 40, auch nicht cool. Okay. This is, uh, yeah, I don't really know what to say about that. Rang 40, auch nicht gut. Alright, next. Ich denke, jemand ist auf mich, ich werde einfach rotieren. Oh Ich liebe dieses Spiel so richtig, das kann man nicht vorstellen. Ich liebe dieses Spiel so richtig, das kann man nicht vorstellen. Hey man, I don't know. I don't know bro. Ich liebe dieses Spiel so richtig. Alright, level 2 Sage, das ist gut. Ich liebe dieses Spiel so richtig, das ist gut. Ich liebe dieses Spiel so richtig, das ist gut. Alright, that should be a W. Nice. For how much money would your team, well realistically, if you give me 100.000 dollars, 100.000, 100k. That's the number. Alright, next game. Where is he get shot by the way? And don't get my super, so annoying. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Alright, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Kill her, what are you doing, bro? Buster, you're so bad in Shadow, what are you doing, bro? Why do you keep her alive, bro? You're so stupid, bro. Bro, this buster is so bad. This guy is so bad at the game, bro. Like, why do you keep this guy alive? He was literally one or two shot, bro. Why are you so bad in Shadow, bro? Why? She's like on 2k HP, I don't know. And he literally needs one or maybe, I don't even, maybe two hits, okay? Why is he not killing her? That's so stupid, bro. He literally... Whatever. I don't care. That's just stupid. Heißt, wie viele Solosieger hast du schon auf dem Account? Ähm... Ich hab... 500 oder so. Irgendwas mit 500. 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 Das macht mich verrückt. Wenn ich die Melodie wäre, würde ich nicht Teamwork Oh, ich kann ihn, Bro, damn, Surge ist so gut gegen Melodie, crazy Let's go Kannst bitte Deutsch reden, ich rede ab und zu Deutsch, ab und zu Englisch Versuchst du ein bisschen zu mixen Schauspieler Päten Hidn I've been calling out your name from the darkness, the darkness, tell you Das war's für heute. Verge. All right, stage 3, it's fine. That's crazy. Can you even dodge that? I've been calling out your name from the darkness, thinking it's true. Take it easy now. I've been calling out your name from the darkness, thinking it's true. I've been calling out your name from the darkness. I've been calling out your name from the darkness. Okay, I'll take that. Let's go. So what my plan was here, this guy got backstabbed from this Shelly. And then this Shelly also started to attack this guy. So I used this to get this guy out first when he got slowed. And then I knew this guy probably likes me for that. Because I saved him. And then I used the situation to kill this guy. And then he literally gave me a free run, but that was not the goal. He would be a free kill anyway, because he only had two cubes. So that was my game plan. If you care. I don't know. That was my train of thought. In the previous game. I mean, it's not any kind of science I know, but that's just how I think. And Magic Mike, thank you for the Sub in the third year, bro. That's insane. That's really insane. Three years Sub here. Drei Jahre bin stolz auf deine Entwicklung. Hast dir deinen Erfolg absolut verdient. Auf die nächsten drei. Ich küsse doch dein Herz. Und das First Bad steht dir hervorragend, mein Lieber. Vielen Dank. und 50 die 찾iciones d dementia. Der hat hatte. Ich sjuk, ich wäre fast gerade bei Böper. Ganz ne呃略 als Physical AnFi. Ich dirposier es nicht mehr. Ich werde mich in meinem связi nach oben Okay, take that. Let's go. I had to go because Cordillius was in the shadow world. Yeah, she's got me hooked on trying to fly. Leaving she trying to kill me, I can see it in her eyes. Yeah, she's got me struck, this might arise. Please, can someone heal me, I can't deal with no more lies. I'll never go on like this, so don't you think you're gonna be a good guy? I can't resist you, I guess you tried so hard to pull me. Oh damn, that was game throw actually, but still worked. Yes. Okay. So, working right now. That's cool. Und Fabian, auch dir. Dankeschön für den Zap im 22. Brawl. Kuss. Ich hoffe, dass Surge bald eine Hyper-Ladung hat. Ich predicte, die kommt im nächsten Brawl Talk. 1k Likes. Let me check. 857. 150 more for 1k. So many primos. Okay, let's hunt with Primo. We can make a pick, let's go. Oh, there's a jump catcher. Oh, there's a jump catcher. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay. Okay, let's go. 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 Go. Okay, let's go. Okay. 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 let's go und Robby vielen lieben dank für den Primer ich küsse sein Herz check mal donations vielen lieben dank Robby ich guck kurz donations alles fit bei dir ja und bei dir 25 euro donation von magic mike vielen 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 lieben dank alles gute zum jahrestag döner date geht auf mich magic mike bro vielen 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 lieben dank dafür ja ich küsse auch dein Herz 25 ocken Junge danke 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 und freeze dank für den rate vielen lieben dank Bro moin an alle von freeze und winke bs mit der mythischen Mitgliedschaft dankeschön duut vielen vielen lieben dank thanks so much winke I appreciate it thanks so much let's check if we can collect these two chests yeah I think we can ja 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 also ja 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 so ab dem punkt er weiß ich habe ein gadget ich weiß er hat ein gadget also jeder weiß dass wenn er da jetzt reingeht werden wir einfach beide down gehen wenn ich nicht komplett bad bin und er geht das risiko einfach ein ohne grund meiner meinung nach check ich nicht warum er das macht und winke thanks so much again for the 10 euro donation uh i don't help people for money i'm very sorry bro und daniel auch dir vielen dank für die selten mitgliedschaft so die sind jaden bs mit dem leon profil bilden so die sind jaden bs mit dem leon profil bilden erstmal bahn hier war es gilt das war ich habe in den chat geschaut schade dass ich jetzt keine facecam hatte dann wäre es proof gewesen und elektro thanks so much for the donation how can i get a friend request from you uh thank you for the donation and there's no way like there's really no way to buy anything from me with money if you donate that's only for the support but i don't give away my friendless or anything nice Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Why are you not killing the Mekko? Because I cannot kill her anyway right now. So she will just jump away so I just save my energy. Where did he go? I'm reading way too much chat while I'm playing. By the way. I must stay healthy, stay healthy, stay healthy, my best. Love you bro. Thank you for the sub Robby, make it good and let it go. Teaming confirmed, okay. YouTube chat is so bad man. Also entweder steht, also es gibt nur zwei, ne es gibt drei Arten von Nachrichten. Okay Charly is a huge counter to me, I gotta go, Dynamax is also a huge counter to me, like there's literally nothing I can do right now. I can tell by your eyes, you got something to hide. So open your mind up, let me inside, or let's make it right. Tell me baby what's the Rob? Tell me baby what's the Rob? I'm so dead bro. Tell me baby what's the Rob? I'm so dead bro. Okay, maybe not, Tani could push me so hard, literally, oh damn, nice, damn, I'm dead. Now Dynamax has me bro, I have literally no movement speed, bomb, bro, I'm so lucky, I'm so lucky bro. Let's go. Oh no, there's no, bro what is this round, I can't do anything. Oh my god, let's go. Oh my god, let's go. Jesus. Oh my god, let's go. Who was with Dynamax? This round was so lucky. Red VGX? That's red VGX. Bro, that was like the luckiest round I had in a long time. GG. Ach, Red VGX ist das. Perfekt, Digga. Bruder, ich bin, ich war dreimal tot die Runde, wirklich. Also erst Charlie, linke lane, kann nix machen, Bro, sie hat vier Gadgets. Also, du musst dir direkt schon weglaufen. Dann rechts Dynamax, auch maximaler Counter, wenn du keine Ult hast und vor allem nicht Level 2. Bruder, keine Ahnung, wie ich das gewonnen habe, um mich nicht zu nennen. Dynamax hat gecarried, kann man nicht anders sagen. Glück gehabt. Einfach Glück gehabt. Darf keine Solo-Wins haben, warum? Das war's. Oh Alright, ich muss jetzt gehen. Okay, aber warum, Vico? Wer weiß, ob ich eine Antwort bekommen kann? Warum? Ich habe nur eine Frage, das ist warum. Vico hatte ich auch skilled glaube, das hat er richtig gut gemacht. Also wenn ich auf dem fünften Platz spielen wollen würde, hätte ich das genauso gemacht wie er. Ich glaube das ist die perfekte fünfter Platz Strategie. Zu gierig? Na Bro, erzähl mir nix. Mico ist einfach dumm. Was ist das Ding? Ich muss da halt nach oben. Team da unten zu zweit mit Hank und Mac Bro. Also bin Stufe 2, hab keine Range. Was soll ich machen? Musste nach oben rotieren. So, Mac hält mich einfach auf Range. Näher dran kann ich auch nicht, weil dann Hank steht. Was hältst du über DNA-Manipulationen und das biologische Alter zurückzusetzen? Keine Ahnung. Äh, wenn das irgendwann mal möglich sein sollte, dann sowieso nur für ausgewählte Leute, Bro. Also der, das ist ein YouTube-Kommentar. Ah, perfekt. Ich dachte du wolltest jetzt wirklich ne Antwort drauf. Egal, dann sag ich's doch nicht. Hello to the French people. So many French people in my YouTube-Chat. Hello, hello. Quasirino schreibt, dass er schwul ist. Ähm. Ich weiß nicht, was man da jetzt sagt. Äh. Herzlichen Glückwunsch. Chillig. Sag doch jetzt. Ja, was ich sagen wollte, also wenn das irgendwann mal möglich sein sollte, dann wird's sowieso nur für ausgewählte Leute sein. Für wichtige Leute. Und Sinn machen wird das irgendwie auch nicht. Weil wir ja gar nicht, also die Erde ist ja jetzt schon übervölkert. Und wenn du dann das biologische Alter beim normalen Sterblichen zurückstellen könntest, oder das Alter anstorben könntest, dann dafür hast du ja gar nicht die Ressourcen auf der Welt. Ja, Mutual Doppel müsstest du von jemandem wissen. Wir... Chat, ich muss noch was ganz Neues probieren. Kein Chat mehr im Game, ab jetzt. Ich muss mal jetzt mal ganz neue Seiten aufziehen. Kein Chat, full focus, kein Reden. So bis gleich Nice Ich habe geredet, time out, wieder full focus Nice So, ich glaube ich muss wirklich Einfach aufhören zu reden im Game Oder ich kann das einfach nicht, ich bin noch gar nicht Multiklassiker, ich glaube ich muss wirklich einfach nur full focus Gehen und dann wird das schon Einfach kleinen Chat lesen, einfach nur Konzentrieren aufs Game und gut ist Dann wird das auch Sag ich Einfach nur das Game konzentrieren Ist zwar langweiliger für euch Aber es ist einfach effizienter Okay focus Ich bin noch gar nicht 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 All good Mehr Fokus Okay, dann drehe mich Dann hol ein Call, der Chat übernimmt, dann sind alle glücklich Will jemand Call? Also jemand, den ich kenne, jetzt nicht irgendeinen Randy Gut, also der beste Vorschlag, den ich gelesen habe, war Ubito So, dementsprechend hat sich das auch erledigt Ich glaube, das wird nichts Ja, 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 ja Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Let's go. How did a Ross win? I don't know. I don't know to be honest. Let's check him. I don't know. I don't know. I don't know. Literally just pushed his ruffs on 1k with that. 2k. 2k. Sorry. I don't know. 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 the ones I know. Also, I kenne dich halt leider garnicht. Es müsste schon Leute sein, die ich kenne. Auf YouTube haben wir wirklich gar keine Mods unterwegs. Also, ich brauche heute wirklich Leute, die die Streams nicht auf Twitch schauen, sondern wirklich auch auf YouTube und da dann halt auch moderieren können. Weil jemand, der auf Twitch mod ist, wird immer auf Twitch lieber sein als auf YouTube. Und lieber da moderieren. So, aber ich will auch keine Randoms, also ich will jetzt nicht irgendwen nehmen. Schon irgendwie jemand sein, den man kennt. Twitch auf die 1. No. Äh. Guck, was hier in YouTube streamen. Ja, das glaube ich dir auch, aber ich kenne dich halt noch nicht. Das ist der springende Punkt. Speak English. Guys. Guys, I'm speaking enough English, please. Let me, let me talk some German. I also have a lot of German. A really big German audience. So sometimes I gotta speak some German. Jonas wollte 1v1. Ich hab gegen Jonas schon 1v1 gemacht und 8-0 gewonnen. Könnt ihr in seinem Video sehen. Also nicht, also nicht 8-0 in einer Runde, sondern in 8 Runden jedes Mal. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt nochmal 1v1 machen wollen würde. Ist wahrscheinlich fake die Nachricht. Also er hat literally halt auch das Video dazu hochgeladen. Ihr könnt euch das angucken auf YouTube. Jonas, Snakefuck, Rundrymon. Ich hab kein Video dazu gemacht, aber ja. Say why you do everything you do during the game. I did before, but I used to lose a lot, a lot more. And since I'm focusing and not speaking while I'm in the game, I'm playing a lot better and more focused. I wouldn't necessarily say better, but a lot more focused. Ich habugeon dich nicht so gut vorbei. Ich werke Panisch. Like, ich hablamide ver officials. Ehe das immer minimal contacted nochmal. Schueren dich mal zumal das. Ich versuche �üfung mit 6 Runden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So viele Leute Bro, das ist echt verrückt Da kann ich noch so fokussiert sein, wie ich möchte Bro, ich hab einen Spike auf meiner Lane Ich hab einen Dynamike auf meiner Lane Also beides instant links, rechts Jeweils Spike und Dynamike Beides Hard Counter, Bro Da muss ich nach oben rotieren, zu den Tanks Mach noch, huge plays Und pack's trotzdem nicht, weil Die halt einfach all in gehen, Bro Das ist crazy Das einzige, was ich hätte machen können, wäre Unten bleiben Und hoffen, dass der Dynamike Mich nicht angreift Aber wer macht so eine Entscheidung Während des Games Also Das macht man ja nicht Also niemand bleibt ja freiwillig bei einem Dynamike stehen Wenn du Surge Level 1 bist Also Ich musste im Endeffekt noch um rotieren, deswegen Crazy kannst du nicht machen Kill doch Dynamike Bro, du killst nicht einfach so ein Dynamike mit Surge Wenn da Wände sind, Bro Jeder Dynamike, der Bisschen was kann, Bro Lässt dich dann nicht killen Jetzt schreiben irgendwelche Leute auf YouTube in den Chat Ja, kill doch Dynamike mit Ulti, Bro Also als könnte ich irgendwie kurz durch die Map fliegen Und einfach auf Dynamike so draufhüpfen Das ist ja Wahnsinn Das ist ja Wahnsinn Let's actually farm our support on the duck. Hallo. Wo? I'm not going to die. I'm not going to die. I'm not going to die. Das war's für heute. Das war's für heute. Das bringt doch gar nichts. Hä? Ja, okay. GG. Delay, oder? Ja, safe. Oh mein Gott. Mein Chat lernt. IGN-7782K. Er lernt. Es hat was gebracht. Absoluter Macher, Bro. Er hat's erkannt. Mein Chat ist lernfähig. Das ist ja richtig geil. Und Luis, ne, Luis, SLT9. Vielen Dank für den, für das Abo, Bro. Dankeschön. Ja, was? Ja, er hat erkannt, dass ich Delay hatte. Mein Chat hat das sonst nie gecheckt, wann ich Delay habe. Und er hat's heute erkannt. Ich hab das gestern erklärt, was Delay ist. 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 Das war's für heute. Let's go, nice. Danke, dass du den Cordius gekillt hast und nicht mich als erstes. Äh, was, wer warst du denn in der Runde? Which gears are you using? Shield and damage. Der Surge? Ach, der Zweiter wurde, ja geil. Wie geht's dir? Gut soweit, danke. Ich hoffe dir auch. Gut soweit, danke. Gut soweit, danke. Gut soweit, danke. Gut soweit. Gut soweit. Gut soweit. Gut soweit, danke. Beine dirung. Gut soweit. Er denkt, ich teame mit ihm, Bro Meint, ich soll das ausnutzen, um meine Stagerin zu farmen? Oder einfach so direkt wegdrängen? Aber ich denke, das war schon smart, Bro Ich denke, das war schon sehr smart Ihn so ein bisschen denken zu lassen, dass ich teamen will Ich denke, das war schon ein bisschen smart, Bro Ich denke, das war schon gut Ich denke, das war schon sehr smart, Bro Ganz ehrlich, ich hätte lieber den Surge killen sollen, war klar, dass er das macht Also ich hatte mehr Cubes als der andere Surge, natürlich geht der erst für mich so Ich hätte erst den Surge killen sollen, wäre viel besser gewesen Ich hatte so ein bisschen Hoffnung, erster zu werden Und dann folgt das mit mir Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Oh! 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 So, genau in dem Moment habe ich auf den Cordelius geguckt. Ich habe gar nicht gesehen, dass die Schelle in mir drin stand. Genau in dem Moment habe ich auf den Cordy rechts geschaut. Gar nicht gecheckt, dass die da in mir drin stand auf einmal. Oh, jeez. Okay. 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 Das war's. Okay, top 3, 2, 1, Gagin, thank you so much, bro, for the 5 gifted memberships, I appreciate it, thank you, bro, thank you, thank you, thank you, thank you, more on Tobi. I don't know why you're frustrated, I bet I was on your mind, last night we fell by our side. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alright, how high is Surge? Rank 33, it is. Ist das schwer für dich in Solo zu pushen? Push du mal Surge ohne Team auf Rang 35 und dann sagst du wie du es fandest. Dann kannst du dir in Schwierigkeit so selber ein bisschen vorstellen. Dann kannst du dir in Schwierigkeit so selber ein bisschen vorstellen. Dann kannst du dir in Schwierigkeit so selber ein bisschen vorstellen. Ich brauche keine Ruhe von dir, aber danke fürs Angebot. Bitte geh jetzt. I don't want that, please go now. Jesus, leave me alone, bro. I don't want that, please go now. Let's go now. Let's go second place. That's why they should nerf Poco. Moin Sandra. Sag mal Lola Build. For Shadow and Teleport Gadget. Für Star Power den Heal. Gears. Ich glaube Lola hat ein Reload Gear oder? Ich weiß es nicht. Reload Gear und irgendwie Schild dann noch. Ja dann Reload und Schild. Spiele damage da vor. Ich denke nicht gut. Für Shadow. Ich denke nicht gut. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Damit sie mich hinter die Wand stellen sollen Wäre besser gewesen Mit Ulti hätte ich sie halt beide genommen, aber ich hatte leider keine Ulti mehr bekommen Plus 1 und 3rd mit der Winstreak Carries Wirft aber gerade relativ gut, oder? Ja Aber das hättest du nicht sagen dürfen, weil jetzt werde ich down gehen und letzter werden Und minus 13 bekommen Jetzt hast du es leider gedrängt, Bro, das ist nicht gut Du denkst, dass Barcelona oder PSG gewinnen? Oh, Champions League ist heute, oder? Wer spielt? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Dortmund gegen Atletico? Ich glaube so, richtig? Was ist das? Was ist das? Was licence bei der Wanderschöne? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Erzke Jinx, Chat Ich hab's gesagt, Erzke Jinx, der eine Kollege im Chat Ich hab's gesagt, Bro, Erzke Jinx Jetzt nicht vorlesen dürfen Erzke Jinx, Bro Das ist Magie, das sag ich euch Das existiert wirklich Jinxen ist kein Cap, Bro Jinxen ist Das ist real Nexen ist nicht 10er Platz, das stimmt Erstmal per Mal So weit gehen wir dann doch nicht Where can I see your live search trophies I can show you here There you go, top left There you can see my stats for today's stream So we pushed around 17 trophies More like 60 Go, 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 go And I'm ready for a sign I'm ready for the touch I'll never be the guy I think there's something in my eyes I cannot see your lies You think that I'm surprised Go back into your traps Send me all your eyes Don't you think it's time for something else I ask for something more You give me so much less I wonder why I stay I am wasting all my time I'm messing up my mind I only need someone And I'm waiting for a sign I'm ready for the touch I'll never be the guy I don't even know 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 Nice Redet er auch noch Ja wir haben uns dazu entschieden Dass ich in den Games einfach weniger rede Chat ist mein Zeuge Seitdem ich weniger rede Läuft 10 mal besser Also seitdem ich im Endeffekt gar nicht rede in den Games Läuft es Viel viel besser Also wo ich geredet habe Haben wir ungefähr Keine Ahnung Wieder 50 Pokale Minus gemacht Seitdem ich nicht mehr rede in den Games Habe ich 70 Pokale Plus gemacht Der Chat ist Zeuge Bro Also es gibt auch Leute Die sind hier bestimmt seit Anfang an da Oder seit relativ früh Das ist Real Talk Dann liest den Chat nicht Ja mach ich auch nicht mehr Also halt ingame Also jetzt lese ich den Chat natürlich Aber ingame halt nicht Und Philipp Dank für die Rare Mitgliedschaft Dankeschön Thanks so much Philipp Appreciate it It's party time Hey Ich bin Bis zum nächsten Mal. 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 Erinnert mich mal nach dem Game mein Game Loader zu machen. Guys, please remind me to raise my volume, my ingame sound after this game. So I can hear when Cordelius is supering. So music a bit. More silent. Okay, wait a second. I gotta focus. I'm just camping this room. I'm just camping this room. So I can see. I can hear when I'm out. You won't do it on your own. I won't let you go. I don't know what happens now. When you go above now. If you wanna, if you wanna go. I won't let you go. Okay, das ist verrückt. Gehen wir auch da machen, ja. What do you think about bananas? Very healthy. Why are you toxic, bro? No, I'm not toxic. Am I toxic, chat? It's party time! What do you think about bananas? Where is everyone? What do you think about bananas? I'm sorry. I'm not toxic. I'm not toxic. I'm not toxic. No, I'm not toxic. Ich kann nicht spray. Damn. Warum ist er so viel verdammt? Warum ist er so viel dämlich? Die Hypercharge ist OP, Bro. Wie viel Schild hat Shelly, wenn sie Hypercharges? Wie viel Prozent? Kann jemand checken für mich? 25, das ist verrückt, Bro. Ja, 25 ist verrückt, okay. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh damn, that was a bad jump. Oh. 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 Die hätte oben bleiben sollen. To be honest. Aber ich meine, du rechtest mit sowas halt nicht. Ich meine, wer rechtet denn mit sowas, dass auf einmal links eine Shelly anfängt Gadget zu drücken? Ja, wobei doch, hätte man schon davon ausgehen können. Wenn man ehrlich ist, eigentlich hätte man schon mit rechnen können. Ich meine, das passiert ja nicht zum ersten Mal. I hate Teamers. Warum? Ist es nicht lustig, zu spielen 1v6, wenn du eine Single-Person bist? Kannst du in Polis sprechen? Ich weiß nicht Polis, Mann. Sorry. Ich weiß nur die Polis-Kau. Ja, nimm. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Einfach akzeptieren, glaube ich schon, dann ist es gut. Ich glaube, das Stuhl-Break-Wall in mir war die Top 10. Das war's für heute. 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 Oh, super me. Super me. Thank you. Das war's für heute. Das war's für heute. Sehr gut. To protect and surge. The fires are all the same. So you can destroy. Power Saiyan! Go! Man hört Ehrebrot nicht. Äh... Hör ich nicht? Doch man hört ihn, sag 10 mal bis 3. 1, 2, 3. Ja man hört ihn doch. Er redet einfach nur nicht. Der Unterschied. Ja, das war spätverwendig. Aber er ist auch sehr leise, muss man dazu nehmen. Ok. Ja, viel besser. Ihr Goal 2? Nein. Ich weiß nicht. Wie bist du so gut geworden? Hm. Say my name to make me wet. Ähm. Sorry. Warum liest du sowas vor? Ja, weil es der Spender war, Digga. Ah. Oh. Okay. Interessante. So... I... Don't do such things. Please. Please don't. Please don't donate for such reasons. I... Yeah, that's... I dunno. So... So... This is a family friendly stream. You know? So... Das war's für heute. 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 Oh, holy, that's unlucky. Yeah, it's actually not unlucky. Actually, it's a huge skill issue. So, that jump was just terrible. I never super someone that stands next to a wall. It doesn't work, so he doesn't get the knockback and can instantly attack you. So, it's like, literally having, having no knockback at all. Schlecht, Snakefuck. Also, ich darf sowas sagen. Du aber nicht, Pontus. Permawan. Barb, dankeschön für den Sub im fünften Monat. Vielen lieben Dank. Snack und Nuno, böse Kong. Nuno Bestermann, ja. Oh, einer der netzesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Oh, einer der netzesten Menschen, die ich bin. Das war's für heute. Und siegen, die ich bin. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Yes, he died, I love it, I love it, let's go, I'm happy, this guy got instantly, that's good, that's good, that's good, he instantly is like, oh no, I shouldn't have played so aggressive, I'm so stupid, and that's what I love, bro, that's exactly what I love, great, that's great, I take it, I take the L, this guy died right after me, I'm fine with it, I'm fine with it, That felt excellent Alright, I don't know, I'm fine with it, I can't help you around me, I am fine with it, I am fine with it, that was great, I love it, I love it, I love it, I love it, those guys have fun, I love it, those guys have fun, I love it, helps me so far away Ja, Bro gibt es mir Super für free. Ich liebe es. One in the chat if you feel sorry for the Bull. Aber Bro, he sees my name. Ist er noch nicht mein Name, Bro? Wait, I'm stage 4, why am I camping? Search for the win! Search! Go! Go! Oh, Cordillius. Haha, Bro. Got deleted. Du hast doch einen Sub bekommen. Schlauer Fuchs, danke für einen Sub. Vielen lieben Dank. Does spamming your shots when you have no ammo make you reload slower? I don't think so. I don't think so. I don't think so. Hey. Ich kriege auf YouTube teilweise pro Sekunde einen Follow. Pro Sekunde. Selbst wenn ich 10 Minuten live bin. Ja, wobei, ne, kann man so nicht sagen, weil ich kriege ja nicht 10 Minuten lang pro Sekunde einen Follow. Kann man so nicht sagen. Aber teilweise ist echt geisteskrank. Jede Sekunde ist schon heftig. Cool. Ich stitch Hey, wirANG. Oh, just die Frage, wenn du ja nicht phases來markt, mit dem beat. Statt nicht abwä transported. All ich kritisch habe, Spielschreшung, in den 5 musarios nah centres. In 30 Minutos, ich ja nicht nicke собственно possibile. Damn. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh, Heilcup, Shelly is everywhere. Hmm. Both is okay. Take it. Let's reach some chat. Let's reach some chat. Bauen wir hoch. Fast rank 34. Und mollen. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's roll. Let's go. Let's go. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 I think I'm dead here Actually great movement by me I think I'm dead here I think I'm dead here Oh my god Oh my god Jesus bro Let's go Let's go Holy Bro, that's crazy man Let's go Let's go That was so perfect timing man Really Shelly must have been so mad I think we will be pushing Surge on Shofir escape tomorrow No, I don't think so Matchmaking is so long, yeah that's true I think we will be pushing Surge on Shofir escape tomorrow Let's go 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 Ich war nur ein Video für den ersten Mal. Oh, das ist verrückt. Welcome to the channel, bro. Damn, this matchmaking is quite long. Matchmaking, yeah, true. So long. That's insane. Oh, by the way, I uploaded a new video. It didn't perform so well. So I would appreciate it if you may watch my newest video. And boost it a bit for the algorithm. Algorithm, algorithm, I don't know. I would really appreciate it if you give it a try and... I think it's a good video. Very good place, was a cool push. You may try it. And if you don't like it, tell me why you don't like it. So I can fix it for the next time. You know, I want to do the best videos possible. I know I'm far away from that, but I'm improving. Well, I'm trying to improve day by day. I'm so dead. I'm so dead. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh no, I lost it. I threw it, bro. RIP. That was Winnebair. That was Winnebair. I thought he would go aggressive there, but he actually... Man, not patient enough there. Okay. 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 Yes. Thanks so much for the 250 heroes. Thank you. Dankeschön. 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 dass wenn ich warte, dass Cordelia oder Shelly spawns in meine Gesichter und es küsst mich. Also, ich weiß nicht, dass ich etwas anderes probiere. Und ich könnte auch meine Ammo gegen den Bullen, so ich bekomme meine Super-Earlier. Und eigentlich Getaway, das wäre auch eine Option. Aber ich hatte nur noch eine Ammo, die Bull supered in mich, und ich bin tot, weil ich nicht genug Ammo hatte, um meine Super zu bekommen. So, das ist was ich besser gemacht habe. Ich denke. Ich denke. Jetztcus ich das hier. Dammit, brah. I rotate here. Bro, I don't know what to do Like, he could be anywhere, you know what I mean I don't get my super He could be anywhere, bro I don't know what to do I can go 50-50, just go into one bush But bro, like, come on I don't get my super Corny, thanks so much for the sub, I appreciate it Thank you Thank you Oh man, unlucky games Unlucky games Nothing to do for me I don't get my super, I don't get any good starts Bad spawns Ice This is my super Achtung! Das war's für heute. 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 Also Titel, Skins und so, dann halt World Pass Plus. Perfekte Kaufberatung hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Mann, 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 Mann. Ich konzentriere mich schon wieder. Ich rede auch schon wieder, ne? Ich rede ja auch schon wieder in den Games. Kein Wunder, Bro. Ich bin ja nur am labern, Bro. Ja, jetzt wieder Full Focus, kein Chat mehr. Das ist der Wahnsinn. Ich laber wieder, Junge, in den Games. Zack, mach ich wieder irgendwelche dummen Sachen. Sterbe, minus 13. Aber dann sollte ich auch einfach mal jetzt durchziehen und diesen 35er fertig machen. Bro, das kann nicht wahr sein. Ich habe immer dieses Rumgelaber in Games. Und ich lerne es nicht. Und ich lerne es nicht. Hey, Full Focus. Das war's. 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 Do it. Das war's. 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 So. Das war's. 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 Was? Was wollt ihr für ein Video. Wollt ihr? Das war's. 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 Dann irgendwann. Das war's. 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 No team. Das war's. 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 Nice. Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 Oh no. I don't know. Das war's. 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 What's. Das war's. 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 I threw. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. I had to rot. Das war's. 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 Oh man. Das war's. Das war's. Egal. Das war's. 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 So, Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Oh my God. Das war's. 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 Super. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Nice. Das war's. 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 Also, das war's. 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 Aua. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. krank. Das war's. 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 Merk. Das war's. 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 wo er. Das war's. Das war's. Das war's. Genau das war's. 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 Was ist. Das war's. 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 Billig. Das war's. 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 Oh no. Das war's. Das war's. Das war's. war's. Das war's. Das war's. Das war's. Nice. Das war's. 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 Ja. Das war's. Das war's. win trading. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Why are you. Das war's. 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 Okay. Das war's. Damage. Leben. Das war's. 600. Team, team. Gar nicht mehr. Das war's. 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 What search. I don't remember. I don't remember. Why are you. I don't know. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. That's crazy. Das war's. Das war's. It's true. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. You should. You should take 20 minutes. Das war's. 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 Das ist. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist. Das ist. Das war's. 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 And I hope you're. Enjoy the content. Das war's. 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 auf meine Home-Service, ich würde das gewinnen, aber sie wollen nicht, sie wollen mich auf einem Amerikaner oder Vietnams-Service, ich weiß nicht, ich bin der Teamer, congratulations Bro, thanks for telling us, erster Platz wäre so drin gewesen ohne Ping Bro, und wieder Ping, merkt ihr das gar nicht, ist das nur bei mir so, muss doch bei euch genauso sein, oh, das Primo gibt 3 Super Bro, ich mag es, das war ein 8k hit, oh bro, I'm out here Bro, where's that Primo coming from? Bro, where's that Primo? Oh my god, how did I win this game, bro? I don't know, I don't know. Pins, krass. Man, ich kann das nicht lesen hier. Pins, krass, wie du durchziehst und selbst wenn du fast 15 Minus bist, dann machst du immer noch weiter. Ich bin 80 Minus. Ne, 90 sogar. Äh, Benito, thank you for the Rare Membership. Gbro, hast jetzt 8 Stunden. Ne, ich werde keine Anbannungsanträge machen, Rocker, in nächster Zeit. Ja, ich werde keine Anbannungsanträge machen. Muss los. Nicht zu greedy werden. Genau deswegen, Junge. Genau wegen solchen kleinen Punkt, Punkt, Punkt Nelken. Ja. 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 Das war's für heute. Was? Zeig, wer findest du wirklich der beste Bros-Spieler? Tensile. Ohne reden. Beziehungsweise generell die drei von, äh die drei Ex-Zeta-Spieler. Jetzt sind die ja bei irgendeiner anderen Organisation. Wie heißt hier nochmal? Crazy Raccoons, genau. Die drei, das sind die besten Spiele der Welt, ohne reden. Zeig Protector. Ja, okay, dann krieg ich einfach keine Kiste. Ja, okay. Alles klar, Bruder. Kann halt nicht. Larry will nicht, dass ich eine Kiste kriege und Shelly passt auf ihn auch, deswegen muss ich akzeptieren. Ja, okay. Ich wusste nicht, wo ich hinspringen soll. Wurde eigentlich nach unten. Also nicht in die Ecke da, sondern einen weiter. Ja, okay. 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 Warum hast du dich sterben lassen? Weil ich nur Windstreak farme. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Du kannst mich gerne fragen, wie toll ich mich in Showdown finde. Da kann ich von mir aus noch darauf antworten. Aber sich irgendwie mit E-Sportlern zu vergleichen, wenn du Content machst, wenn du Streamer bist. Das ist Quatsch mit Soße, Bro. Wie toll findest du dich in Showdown? Ich denke, ich bin der beste Showdown-Spieler der Welt. Allein wegen no teaming, Bro. Das ist Alpha-Charakter. Jeden Tag geb ich mir diese Kacke, Mann. Ja, 8 Stunden, 10 Minuten ohne Team. Dass man das überhaupt durchhalten kann, muss ich gar nicht. Ich denke, okay. All right. Ich denke, wir wollen ihn nicht. Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! So, die Shelly einfach den Surge killt und drei Cubes bekommt. Ich konnte nicht mehr move'n! Ich schwöre euch, ich konnte nicht mehr move'n! Ich schwöre es euch, ich konnte nichts tun. I swear, also versprochen, ich konnte nicht mehr laufen und ich weiß nicht warum, ist mir auch egal, Bro, aber ich verspreche euch, ich konnte nicht mehr laufen. Ich hab' gedrückt und gedrückt, Bro, ist nichts passiert. Okay, Double Bubble Hit with BB. Hey, I got this, come on. Whispul. Ja, Bro, das zählt nicht. Derweil ist halt so gegen die Wand gekickt worden. Ich hab' den Dynamite, Bro. Komm her. So, ja. Ich geh' verkaufen. Oh, ja, wir haben ja keine Windstreak. Was mach' ich denn? Mr. Bat wants to play! Mr. Bat wants to play! Cool it! Junge, da willst du einmal irgendwas ausprobieren in diesem Modus, ne, und dann laufen die Bots hier alle weg. Echt egal, jetzt reicht's. Vor allem, warum, warum ist mein Balken dann eigentlich weg? Also warum zählt das eigentlich als Schuss? Aber es passiert nichts. Warum ist das eigentlich so? Hä? Also mein Dash ist weg? Ulti cancelt das? Nein, niemals. Nein, das stimmt nicht. Also das sollte das zumindest nicht canceln. Muss Bubble ein bisschen später. Ja, stimmt. Aber das ist ja, warum ist das so, dass wenn du perfektes Timing hast, das macht ja gar keinen Sinn schon mehr. Ist ja auch ein Bug, oder nicht? Weil wenn du normal deine Bubble machst, passiert ja auch nichts. Dann ist ja auch dein, deine Leiste nicht weg da unten. Gar keinen Sinn schon mehr. So, die Rose hat die muss dann glauben. Komm. Nee, jetzt soll ich nicht leben. Hör auf, meine Rosa zu killen. Verhofft mich zu ulten. Oh, Primo, du bist es. Nee, der kriegt zu viel Damage. Die Rosa muss Full HP. Das geht auch. Ja, nee, komm. Also jetzt bin ich durch, Bro. Also Oh, läuft heute nicht Fußball? Wann ist, äh, wann ist Anstoß? Ist schon? Ist schon Anstoß? Oder erst 21 Uhr? 21 Uhr. Okay, ich werde Fußball schauen. Also das Ding ist ja nach 20 Minuten vorrum. Da gehe ich aber fett Fußball schauen, Bro. Also, wenn mich irgendwas zum Ende dieses Streams bekommt, dann ist das Fußball. Aber da bin ich gleich fett weg. Doch, Chat, Fußball geht vor. Fußball gehört zu den Grundbedürfnissen. Fußball gehört zu den Grundbedürfnissen. Fußball gehört zu den Grundbedürfnissen. Det 무�langходит zu den Grundbedürfnissen. ekily. Fußball gehört zu den Grundbedürfnissen. Deutschland geht vor. chợ hat das Gericht Comes alcant One Elemen, werden gegebenenfalls dreht gut. I got the juice. Warum, warum sind Shelly's so? I got the juice. 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 Peace, peace, peace. I got the juice. 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 I got the juice.